eigentlich brauche ich aber glaube ich auch jetzt nicht zeigen wie ich lebele oder der eigentlich schon alles gesehen was das spiel so weit bietet ich glaube nicht dass da jetzt irgendwas großartig neues kommen wird wenn kann ich auch mal wieder einnehmen aufnehmen das ist jetzt nämlich glaube ich in die mine ich habe noch kurz gelesen weil ich den typen heute nicht gefunden habe bis ich im weg da hochgerannt bin genau bis hier am ende der mine das können ja noch zeigen würde ich sagen dann quest ich alleine weiter schleichen ich mache mein esel raus und ich den leveln kann ich werde jetzt angegriffen oder doch nicht sie eigentlich reisen ich mache auch gar nicht so viel schaden wenn ich eigentlich denke kann natürlich ein bisschen ums becken oder wo oder mein schild wegnehmen haa egal ist da loot drin mining bomb und denn 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 die die nicht dass du da unten stirbst in der zeit ein ich muss mir kurz noch ein paar mining bombs sein und wenn ich die euch benutzen das ist die 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 leo jenkins wiesel komm runter ich bin schwarz geworden, da sehe ich schwarz für dich komm mal her, ich möchte die bombe testen boah, die vier dertschke oh, wo ist die dann? super weise so, da sollte jetzt die liebe dame auf uns warten tut sie auch so, da ist sogar keine dame, hab ich dame gesagt hier habe ich hier eine zauberin erwartet dum 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 hmmm freeze miner so, hier ist miner befreien, oder? wie, oder wat? oh, immer diese sachen, die cooldown haben dann hat sich sowas eigentlich einfallen lassen für so ne quest darf ich hier einfach warten zehn sekunden, nur damit ich das item wieder benutzen kann macht voll viel sinn yeah ich kann die quest ja auch überfüllen überfüllen ich mach mehr, Leute befreien ne weil das quest item verschwunden ist dann halt nicht dann wie gesagt sehen wir uns wenn wieder irgendwas spannendes passiert spätestens denk ich mal zu nem dungeon dann danke fürs zuschauen erstmal und reingehauen hallo und willkommen zurück zu einem kurzen video ich werde immer kurze videos machen daher wohnert euch nicht nur weil ich grade craften kann hier so was schönes episches es gibt übrigens hatte ich auch grade hab ich nicht aufgenommen aber es gibt auch wie jetzt bei warlords of draenor wenn ihr quest items kriegt habt ihr die chance upgrades zu kriegen ich hatte nämlich vorhin schon upgrade bloß war ja bei dem kopfteil das habt ihr glaub ich so dran gesehen weil das kopfteil hab ich ja aufgenommen das hatte ich glaub ich ein rare upgrade jetzt hab ich nämlich grade ein ips upgrade bekommen oder das heißt wahrscheinlich arcane ja ist ja arcane seltenheit sprich ein lila schwert bekommen die gibt es wohl also auch und ich kann jetzt halt auch eins craften hier was für eine quest weil das stand vor ein quest item dran hab ich schon gedacht was das für eine scheiße ist und ob ich die wegschmeißen kann und dann muss ich nur hier so drei dinger kaufen halt wieder kostet halt 100 labor ne also ich will nicht wissen wie viele leute das dann schwede einfach nicht craften können weil sie eben nicht das labor dafür haben naja ich hab auch vorhin glaub ich richtig viel verschwender dass ich diese hier öfter stones gecraftet hab oder das ist glaub ich auch 50 pro dinge kostet ich geh nochmal gucken du 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 war nämlich auch ne quest so äh was soll ich nochmal gucken wie bin die hier auf naja hab ich 50 pro stück gekostet ich hab 4 gecraftet da hab ich vorhin auch 200 leber weggehauen ey jetzt hab ich nur 68 wenn ich mir noch so ein ninja schwert hier basteln will dann äh wird das wohl nichts hier kann man die dinger nämlich auch rauskriegen aus diesen priest taschen dann hab ich grad das falsche bekommen ich bau nämlich das sun äh das star ding oder sun öh man sieht das war sogar sun halt da hab ich noch nicht mal die dinge ich hab zwei andere dinge was kann man da machen spend one labor to combine five arcane into one moonlight arcane shard so verschiedene dinger davon ich hab grad moonlight und starlight aber ich brauch sun light naja so will ich kurz noch das item angucken was ich mir jetzt gecraftet habe hat weniger stärke aber ist dafür gut zum tanken legen wir mal an wenn ich hier direkt verticken äh ne was ich brauch 5 party members auf level 5 to form a guild kostet 1 god ok das will ich ähm ich war doch gar nicht zu dem ich war zu der zack 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 was geht man dafür 50 kupfer ich könnte es ja irgendwie verticken für ähm so dann war es das glaube ich auch erstmal wieder ich bin jetzt mittlerweile level 17 fast 18 ich hab gehört ab 19 gibt es wohl den ersten dungeon aber ich hab keine ahnung wie das hier funktioniert ob es hier gibt es wahrscheinlich keine dungeon finder oder so im zweig daher muss man wohl wissen wo der ist und dahinten hoffen und irgendwo besuchen und so schätze ich mal das da könnte eine sein oder das ist nämlich so ein portal sharp wind mind memory äh sharp wind mind könnte vielleicht der dungeon sein weil hier unten auf jeden Fall 20er gebiet das könnte ja sein dass das hier so 19 ist werden wir dann auf jeden Fall sehen wenn wir dann wieder reinschauen bis gleich da stopft der edle Ritter auf seinem Esel in den Kampf so bin ich nun mal komm sing und her tanzen de 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 ich hab mittlerweile ganz gute Rüstungen also Ketten so kann ich jetzt nicht mehr raus so Kettenrüstung mit Kettenhose mittlerweile auch und schöne Plattenschuhe und Plattenhelm und ich kann mir oh ich kann jetzt aber noch eine Quest abgeben Chain aber eigentlich wollte ich einen einen Anvil suchen und wobei Schmieden würden denn hier Schmiede da äh da damit ich oh man kann auch Rüstungen basteln ne Steel Fishing Pole Frame necessary for making Fishing Rods so ganz wichtig ganz wichtig ja ich bin aber hier um mir jetzt ein Katana zu basteln ich hab sogar 100 Label 100 Label das sind eine Stunde 40 nur um so ein ein Schwert zu craften ne noch nicht mal um die Matts zu craften das wären auch nochmal äh 25 Minuten das wäre schon über 2 Stunden braucht man noch irgendwas das weiß ich nicht ob man das craften kann wahrscheinlich nicht ja aber da muss kriegst du ja aus dem Beutel ja also wenn du es nicht kaufst müsst du hier diese Dinge öffnen die ich alle noch nicht geöffnet habe weil ich eben die Leberpunkte brauche das wären 2 pro Stück und die kommen verdammt selten raus also das ist irgendwie das ist nicht schön wie viel man hier braucht aber egal wir craften uns das jetzt wir können es auch upgraden scheinbar danach für 7 weitere also aber dafür brauche ich schon 1000 Punkte in Reaponry weiß nicht wie viel das bringt ich hoffe so viel wie Labor ansonsten die Matts sind billig hier bis auf das hier was kann man sich halt im AH kaufen die Matts gehen halt 150 würde so ein Upgrade kosten sind das schon ab Stufe 24 ich glaube ich bin schneller Level 24 als dass ich die Laborpunkte zusammen habe jetzt echt mal egal ich köfte mir jetzt das Apprentice Sky Katana ich kann das Schild haben das könnte ich mir jetzt hier ruhig auch schon basteln wahrscheinlich dasselbe Prinzip ne ist auch richtig billig das geht so eigentlich ne ja 100 Punkte hat es gebracht ok aber mir fehlt halt erstens ein so ein Ding und zweitens eine Menge Labor aber das würde halt richtig meine Defense boosten wäre vielleicht noch gut das zu haben bevor ich in den Dungeon gehe ich bin jetzt auch schon Level 20 fast ja 20 und halb fast 21 schon kann man sicherlich schon was reißen jetzt habe ich hier noch Open Box da kommen eh nur die unidentified Dinge raus ne die kosten mich wieder wie viel 10 oder was 5 ja 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 ne ach komm gib mir die neuen Sachen gib mir die neuen Sachen dann sitzt hier nicht mal so wirklich besser ne wir gehen auf jeden Fall die Hose ist besser weil die blau geworden ist für den Gürtel habe ich nämlich auch ein Leader von Crafton für die 100 Punkte ja dann kriege ich hier mehr Strength und Agility das ist halt so zum Kämpfen ganz gut ne egal ähm ja jetzt brauche ich halt dann noch ein so ein Ding aus dem Ahar dann dann kann ich mir ja dann morgen irgendwann vielleicht mal so ein Schild basteln ja wir müssen noch mal unser Katana jetzt irgendwo testen wir haben eine Quest da haben wir noch eine Quest das können wir mal tun aber dann reiten wir jetzt mal mit einem Pferdchen das gleiche wie es levelt mein Pferd 14 noch äh falls ihr euch tun njuuu 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 nj au nj whいて nj 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 Hier ist gerade einfach gar nichts, dafür kann ich euch einfach ein bisschen Scheiße zutexten, damit ihr euch nicht zu einsam fühlt. Hier sind schon viele Orks. Einer hat hier einsam sein Haus gebaut am Strand. Ein paar Bäume gepflanzt. Wollte ich hier wahrscheinlich so eine schöne Strandresidenz bauen. Und ich glaube ich habe auch irgendwo Leute angefangen Schiffe aufzubauen, habe ich schon mal gesehen. Zwei davon wurden auch schon kaputt gemacht, zwei von dreien. Die ich gesehen hatte. So, Gift Quest. Dum 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 dum. Ich finde immer noch, das hört sich an wie die Sims. Guten Tag, Sir. Geht hier mittlerweile Leute schon kloppen? Ne, eigentlich nicht. Ich glaube ich an den Gebieten, wo man was kloppen. So den töten? Will ich auch nicht, bestimmt. Häm, Use a Whistle ... Ich soll die Whistle benutzen. Muss natürlich nicht von hier oben benutzen. Can't be used here. Use a Seas Whistle. Zwei zentimeter zu weit weg stand, oder? das habe ich auch noch bemerkt das pferd gar nicht mal so wenig damage macht hier vom pferd aus kämpft mann außerdem ist das gut weil das pferd nämlich eigene ausdauer hat oder mana wie auch immer diesmal recht schnell alle daher kann man damit ganz gut ausdauer sparen und trotzdem richtig dick damage machen also ich kämpfe auch gerade die meiste zeit irgendwie auf dem pferd ach so aber eigentlich wollten wir ja wollten wir ja ein bisschen mehr kommen wir hier sogar wenn ein neues katana schnitzelt sich hier durchs box fort so muss ja überhaupt tun muss mir gar nicht gehen und ich brauch sie zumindest nicht weiß nicht was der typ da lauf jetzt einfach weg tschüss viel spaß oder ist noch ein quest naja ich würde sagen das reicht auch erstmal wieder aber ich will nochmal kurz zeigen wie ich hier mein tolles katana crafte werde ich mir morgen mein schild wahrscheinlich craften und dann gucken ob wir endlich mal irgendwie in den dungeon geführt werden danke fürs zuschauen erstmal reingehauen